Lecker, lecker, lecker! Du musst das zuerst waschen. Ach, das brauch ich nicht. Au, das tut weh. Ich rufe ein Doktor. Hallo, bitte setzen Sie sich hin. Was ist denn das Problem? Mein Bauch tut weh. Hinlegen bitte. Wie ich es mir gedacht habe, Sie haben das Essen nicht gewaschen. Sie brauchen dringend eine Operation. Beginnen wir. Uh-oh. Uh-oh. Der Magen. Wir müssen es reinigen. Uh-oh. Tch, 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 tch. Bereits. Ich bin gesund. Hurra. Das ist dein Magen und dein Darm. Und das ist unser Herz. Das Gehirn. Du bist mutig. Das ist für dich. Auch ein Mikroskop. Dankeschön. Beißen Sie sich Ihre Nägeln? Ich werde das nie wieder mehr tun. Niemals an den Fingernägeln beißen. Sonst geht das ab ins Krankenhaus. Genau hier. Ich werde das nie wieder mehr tun. Ich verspreche es. Jetzt schauen wir uns Bakterien auf den Hinten an. Alles sauber. Alles sauber. Alles sauber. Schauen wir mal. Zeig mal. Super. Du musst dir immer gut die Hände waschen. Wasch eure Hände. миллиbo leads. Hahaha. lichen bi trigger. Maria Adolfs-Weig. Haha. Haha. Hahaha. illumin eerasa. 27ci Heinadestina 앞Mars. Aus DM2Mars. Vielen Dank.